Kronenchakra Meditation Eintauchen in die Stille Setze dich aufrecht hin Deine Fußsohlen berühren den Boden Schließe die Augen Verbinde dich bewusst mit der Erdenergie indem du mit deiner Aufmerksamkeit zu deinen Fußsohlen gehst und dir vorstellst wie von dort aus Wurzeln in die Erde wachsen Du bist geerdet gehalten verbunden Richte jetzt deinen Fokus auf den Atem Atme langsam und tief ein und aus Nimm bewusst die Stille wahr die zwischen dem Ein- und dem Ausatmen liegt Schenke diesen Moment zwischen den Atemzügen deine ganze Aufmerksamkeit Mit jedem Atemzug tauchst du etwas mehr in die Stille ein Mit jedem Atemzug wirst du ruhiger und entspannter Tauche nun vollkommen in die Stille ein in die reine Präsenz Du brauchst nichts zu tun sondern nur zu sein Genieße die Stille die dich umgibt Aus dieser Stille heraus hast du Zugang zu allem Wissen Vielleicht erhältst du nun eine Botschaft für dein Leben Vielleicht kannst du etwas fühlen sehen oder hören Lass es geschehen wie es geschehen will und nimm die Botschaft an und nimm die Botschaft an und nimm die Botschaft an Genieße die Stille Genieße sie solange du möchtest Verweile in ihr Veränder in ihr Gelächter Sobald du wieder in das Hier und Jetzt zurückkommen möchtest, nimm einfach einen tiefen Atemzug, spüre deine Füße auf dem Boden, öffne langsam deine Augen, recke und strecke dich etwas. Untertitelung des ZDF, 2020